Halbphänomenal, fast kosmische Kräfte. Und die gleiche ganze Gegend hat er auch mit Verwandeln. What the? What? What the? What? What? Ah! Yago, komm weiter, Leute. Ah! 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 Oh, nö! Ah! Yes! Ah! Mach wieder 100, ja! Nein! Keine Rutsch-Attacke! Wenn wir nicht das hat's gehören müssen, dann... Nein! Oh, nö! Oh, nö! Ja! Ah! Oh! Goldie Lampen kaputt! Hier! Fire! Free! Oh! Oh, super! Oh! 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 Mach die Lampe kaputt! Oh! 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 Ich will sie doch nehmen! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh, nein! Es ist so zum Abbrechen. Es ist so zum Abbrechen. Oh! Aladin bringt halt eine feuchte Ferne. Alles dünne. Ja. Ja, aber nicht, dass wir irgendwann wirklich die... Oh, Schütter, die Scheiße. Die bringt doch nichts! Oh! Was? Schon wieder... Oh! Au! Also, irgendwie könnte man meinen, mir fehlt gerade so ein bisschen das Konzept. Au! Also eins weiß ich, die Zauberkarten nehme ich jetzt nach dem Kampf dann definitiv aus. Und mehr Poolkarten. Aber das ist auch das, mit dem je öfter man aufhört, desto weniger Karten hat man dann zur Verfügung. Oh! Oh ja! Nein! Nein! Ja! Ja! Oh, Donald, du bist mein Held in der Brot. Komm, gleich ist er kaputt. Ja, ja. Tja, 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 Arschlecken. Oh, mach die Lampe kaputt, du Hornochse. Oh, ohne Mist, ey. Wer hat hier eigentlich diese Kamerasteuerung gemacht? Ich bin hier bei Super Mario. Nein! Jesus, Maria und Josef! Ey, das kann doch... Ja, ficken, ey, Leute. Nein! Ich brauch keine Scheißrutschattacke. Himmel, Herrgott, Sacra! Ja, nimm mal halt ein Feuer dazu damit oder ein Eis. Ich muss da hin und warten, bis der da fertig ist mit seinem Scheiß. Aber bis die Dinger wieder oben sind. Ja, schön. Hier sind wir die Scheiße, ey. Wenn die Scheißkamera aufhören würde, dem Wichser zu folgen, ey. Ja, natürlich geht es jetzt wieder runter. Ey, ein Schlag, ey. Das Spiel ziert sich wegen einem Schlag. So, jetzt stelle ich mich hier hin und warte, dass der hochgeht. Natürlich geht er runter. Oh, ey, ficken. Ja! In your fucking face! Gah, gib die Scheißkarte her! Natürlich, Jafar. Hätte mich gewundert, wenn ich jetzt die Karte von Scar bekomme, ey. Ihr tut mal leid, aber sowas regt mich auf, ja? Ah! Ah! Das wäre erledigt. Ja, Jasmin ist gerettet und wir haben auch die Lampe wieder. Hey, Annalie, hast du nicht noch einen Wunsch über? Natürlich hat er das. Nun ist es aber an der Zeit, endlich einen Prinzen aus ihm zu machen. Natürlich wäre ich ganz frei, aber wie heißt es noch? Lampegeister haben keine Wahlen. Ja, das ist das alte Sprichwort, ne? Sagt man so, ja. Das Gefühl, wie, boah, er hat ein tausend Mal schon gesagt. Ihr merkt schon, ich bin leicht in Rage. Ihr nehmt mir wohl die ganze Sache. Haffa und den Meister wechseln übel. Mach schon, ey, erfüll deinen Herzenswunsch, ey, Prinz. Schnapp dir das Mädchen. Ja, Tini, ich wünsch dich frei. Aber, äh, was machst du? Hey, ja, bla, Arschloch, äh, alle sind fröhlich. Das ist die richtige Einstellung. Und dann ist es auch, ey, wir sind fröhlich, alle sind glücklich, blablabla. Wir haben eine Karte bekommen, die hat er uns auch vorhin geben können, hatte aber nicht, weil er ein Arschloch ist und ich habe Tini erhalten.